Das Ding ist doch nicht hier Jetzt fliegt er da auf der Straße lang Da kannst du ja gleich mit dem Auto fahren Ja Trieb ich da fährt Er ist besoffen, mit dem kannst du keinen Krieg gewinnen Nee Da ist der Krieg vorbei, wenn du ankommst Mir liegt schon jeder tot Was war auf dem Krieg? Boah alter Ich dachte da saß schon einmal im Gebüsch Nee, der lag einfach tot Jetzt sind wir auch so hier ran, wie man sonst nicht fände Mhm Den hab ich geerdet Dann mach ich mal hier mal Wegpunkt Lebende Mates brauchen wir So Geht's am Fels? Acht nur Ja, wir müssen eher vorne hinlegen im Wachhaus glaube ich Mhm, das kann bisher vor dem Eingang sein Ja, ja Ey, so scheiß Ding Ich dachte, was das war, so ne Karpz-Unterkund-Sende Da kommen wir sonst vor wegen der Wache gerade hier Ja Natürlich nicht so tolle Tschüss Ja Nee Boah, hier bin ich tot oder jetzt habe ich die alle umsonst erschossen oder was da weil henson blöde ist aber wenn du dann ja hier sind die kunden davon über die maur hier und dann ich komme mir nicht die kommen erst mal die kommen da hier von der natur da kann noch einmal na komm raus kann ich würde ich doch mit dem kind ja komm jetzt steht ja hier irgendwo das mindestens noch zwei jeder hat man hier drüber wie sie ja jetzt kommt er mir direkt entgegen gesprungen da oben ist immer oben 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 links im busch eine stelle da oben ich habe keinen scope links schräg im grünen ich sehe die rote nicht ich fange jetzt hier rechts rein er verreckt einfach nicht ein ganzes magazin ich bin ja im bunker eingefallen ich bin ja hinten am haus ja 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 ok wenn er nicht auf mich schießt dann ist er dort komm rein komm morgen was geht das schon wieder los wir waren zu weit mann dann frag ich mich wenn ich die alle erschossen hätte war dann die alte sauer gewesen oder was erinnern wir haben bestimmt das war wie bei trucker bei der emission das ist das hier oder die hülle anrausern scheiß haben die es da abgeguckt ich habe ihn natürlich bei der munition Moment, Doktor. Moment. Moment. Du wunderschön. Ne? Oh. 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 Alter, lecker. Ja. Das gibt's doch nicht, alter. Ey, was fressen die denn? Ist der endlich tot? Ja, ja. Da kommt noch nichts. Leichte Wunde. Oh. 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 Moment. Oh. 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 Cool. Cool. Danke. Ich hab doch reingeguckt, hab gar keinen gesehen. Oh. 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 Sind hier vorne lang, gut, ne? Rechts. Dahinter irgendwo. Ne, ne. Kommunikationsraum, Wasserraum. Das sind Pfeile. Ist das Büro? Ne, komm doch mit mir mit, du läufst falsch. Ach ja. Ah ja. Okay, hier die Kappe, ja. Hier sind wir richtig. Mach mal zu hier. Genau. Schütze über uns. Feindliche Arsch. So, warte, ich probiere mal. Du musst mal hier die Stellung halten, nicht, dass die Gegner kommen. Na, dann probiert du, ne? Du musst doch so gehen. Irgendwie. Ne. Hältst du auch nicht fest. Boah. Wie jetzt hier, was hat er nicht, hat er es getrunken, oder? Wie sollte denn hier auch kommen? Ja, lass mich mal probieren, Alter. Hier kannst du auch nicht. Halt du mal unten die Stellung. Boah. 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 Da muss ich da eigentlich festhalten. Ja, da muss ich doch irgendwie festhalten. Da hältst du auch nicht fest. Oh, ich war fast oben, Alter. Ja. Ich auch. Und dann war mein Schienbeil gelb. Mann, Alter, ist der blöd, oder was? Und stürmt vor. Ich stecke. Ich bin oben. Wie hast du das gemacht, oder? Warte mal, bleib du unten. Ohne Rucksack. Ja, klar. Warte, bleib du unten nicht, weil ich habe ja meinen Rucksack dort. Ja, ich muss da aber auch hoch. Wir sind eh hoch. Ja. Aber nacheinander bleib. Wenn jetzt unten einer kommt, ich habe keine Munition mehr. Ach so. Jetzt kannst du springen. Ich hoffe, das war es jetzt nicht, dass ich hier auch... Nochmal. Oh, Alter. Hier kommt die. Hier kommt die. Wie kommt denn der hier? Oh, Alter. Oh, Alter. Wer hältst du denn die Peste? Ach, jetzt? Nee, hä? Ich war doch gerade oben. Ich muss bloß kurz die Leertasse trinken wahrscheinlich nicht. Nee, auch nicht. Mann. Am Hochtag würde ich vor den Biegen, oder? Ja. Ja.